Musik Für mich ist das Interessanteste an der Rolle von Jakob Lenz die Einsamkeit und das Schicksal eines am Rande der Gesellschaft Herumirrenden, die Durchsichtigkeit und das Menschliche daran. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, nicht vom Method Acting her kommend einen Verrückten auf die Bühne zu stellen, sondern einen Menschen, der jederzeit unter uns sein könnte und den wir nicht sofort abschieben. Musik Betrachte die Natur, in ihr ist Harmonie, ist Wirklichkeit. Musik Ich glaube, dass Büchner sich deswegen für Lenz interessiert hat und deswegen auch eine literarisch hochmoderne Novelle geschrieben hat über Lenz. Und das ist sprachlich ein geniales Werk, in unglaublicher Verdichtung, so wie ich finde, dass es Riem gelungen ist, auch in einer immensen Verdichtung eine sehr komplexe Geschichte zu erzählen. Musik Die Musik von Wolfgang Grimm ist sehr, sehr besonders. Man kann die Musik sofort merken und erkennen. Das ist ganz klar. Und er hat seine einige Sprache. Er ist nicht so alt, aber trotzdem gehört er zu der Generation, die nach Darmstadt. Und er hat immer seine Sprache für ihn selber. Er war nicht seriell, sondern auch nicht postseriell, obwohl er natürlich interessiert in der modernen Kunst und in der modernen Musik ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020